yo mein name ist lux und ich bin kurz am start mit einem kleinen hilfeschrei weil ich ein problem mit meinem minecraft habe und ich habe keine lösung im internet gefunden und ich weiß auch nicht was ich dagegen machen soll deswegen mache ich schnell ein kleines video ich wollte eigentlich jetzt in nächster zeit erstmal keine minecraft videos mehr hochladen weil da gibt es zurzeit genügend auf youtube da brauche ich dich auch noch dazu meinen senf beitragen oder wie man das auch so schön umschreiben kann auf jeden fall wollte ich gerade eine runde flash spielen ich war ziemlich gut bis mir dann dieser behinderte bug aufgefallen ist und den habe ich erst seit heute ich spiele immer noch auf der gleichen version ich habe nichts verändert und ja ihr seht vielleicht schon selber ich drehe mich einfach ohne dass ich meine hand an der maus überhaupt habe also das macht meine maus von ganz allein auf manchen stellen geht es wieder da bleibt es ruhig und dann wieder so ich weiß nicht woran es liegt ich weiß auch nicht was man dagegen tun kann im internet habe ich nur gefunden es kann sein dass man da f8 drücken muss dann müsste es gehen aber nein keine ahnung was man dagegen machen soll gerade eben habe ich meine hand wieder nicht an der maus ich kann ja klatschen ihr hört es als beweis dass ich wirklich nichts mache und ich hoffe dass irgendjemand von euch mir da helfen kann und ich bitte so schnell wie möglich um eine antwort und bedanke mich jetzt hiermit schon mal im voraus falls irgendjemand eben was weiß und jetzt noch zu einer kleinen anderen sache in den letzten tagen sind wieder wenig videos gekommen das wird jetzt so ein kleines so ein kleiner info video inhalt ich habe auf amazon mir ein neues mikro bestellt ein stand mikrofon für die das interessiert eins von blue die marke ist also ich habe eigentlich davon noch nie was von der gehört das gleiche wie der gk wenn ihr den kennt schaut auf jeden fall bei dem bei dem vorbei ich finde die qualität gut und deswegen haben es mir bestellt und da stand eigentlich dran dass es am mittwoch kommen sollte ja jetzt ist samstag ich habe dann am mittwoch abend nachgeschaut weil es nicht da war und dann stand auf einmal montag dran und deswegen hasse ich amazon jetzt ich habe auch amazon prime deswegen hat es mich gewundert dass es so lang dauert aber naja man kann nichts dagegen machen und bis dahin musste ich jetzt halt noch kurz mit dem mikro mich begnügen aber dann ab montag solltet ihr mich in einer coolen qualität hören können ja das war es eigentlich sonst soweit ich würde sagen wäre cool wenn ihr bei meinem minecraft problem helfen könnt ihr grad sieht schon schon cool aus aber mit dem kann man nicht so wirklich spielen ja und es wäre cool wenn ihr euch mit dem videos noch bis montag gedulden könnt weil dann kommt ein neues mikrofon und da freue ich mich jetzt schon drauf wir sehen uns dann haut rein